Das Motor-Activity-Trainings-Programm, abgekürzt MATP, ist ein spezielles Programm für Menschen mit schwerer Behinderung, die bei anderen Sportarten aufgrund von physischen oder psychischen Problemen nicht mitmachen können. Aufgebaut ist das Ganze so, dass alle Sinneswahrnehmungen gefordert sind. Ich habe das Programm zusammen mit einem Physiotherapeuten entworfen und wir haben uns da sehr bemüht, Elemente aus der Therapie hineinzubekommen und ins Sportliche umzuwandeln. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen.